Also auf jeden Fall, ich glaube so in diese Himmelsrichtung hier so, hier wo ich hingucke, da, da so, in die Richtung. Ja, genau. Ja, ähm, ich geh mal, oh, wir sind fast auf Wolkenlevel. Oh, 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 das muss ich sehen. Wird von den Creepern hier bewacht? Wie, von den Creepern bewacht? Naja, hier standen zwei hier oben, ähm, ich hab die mal entsorgt. Wow. Unter den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Kann man die auch abbauen eigentlich? Das wäre doch eigentlich eine ganz praktische Sache. Boah, das ist eine gute Frage. Da ist Lava, hier war ich noch nie, aber da ist auch der Sumpf, das heißt, wir, ähm, wir finden uns am Rande des Wahnsinns. Was? Da, wo Sümpfe auf, auf Lava treten. Äh, fall bloß nicht runter, ich glaube, das ist ziemlich tödlich. Ach, ich doch nicht, ah, ah, ah. Aber hier scheint es zu, aua, ähm. Ja, was wolltest du sagen? Ich wollte eigentlich nur auf die andere Seite. Ähm, das sah ganz vielversprechend aus, ich glaube, da war ich noch gar nicht. Äh, also okay, ich spätestens, oh, guck mal, hier geht's auch rein. Hier ist, äh, so ein, so ein... Ja, aber das ist nur so ein Wasserdings da. So, schade. So ein unterirdischer Teich. Hätte ja auch irgendwas Tolles sein können. Äh, hoch hier. Ja, wir, bis jetzt waren wir noch kein bisschen produktiv, außer dass wir ein Bett gecraftet haben. Yay! Ein bisschen Werkzeuge. Damit hättest du aber rechnen müssen, als du mich eingeladen hast. Okay, ich muss hier irgendwie hochkommen, ähm. Nimm doch den Wasserfall. Nein, ich kann mich auch mit meinen Fäusten nach oben graben. Stimmt ja, das ist ja männlich. Männlich! So. Grabe ich mich mal mit einem Erdblock nach oben? Das ist nicht ganz so männlich, aber das ist okay. Ja, aber das hätte jetzt gepasst. Also, das war jetzt Verschwendung eines Erdblocks. Super. Warte mal, wie komm ich denn... Nein! Ach, Mist, ich... Ja. Ja. Ähm. Ich hab übrigens auch eine Schaufel, seh ich gerade. Ich bin hier irgendwie so ein bisschen stark. Ja, ich guck dir zu. Und ich spiel so ein bisschen, äh, Musik drunter. Wenn ich jetzt Finger halte, ich würde dir der Mittleren sein. Du hast aber nur einen Block. Ja, guck dir meinen... Warte. Warte, mir guck dir mal meinen ärgerlich schüttelnden Handblock an. Waaah! So. Ähm. Das ist sehr furchterregend. Mhm. Ich zittere, ich zittere. Ich hoffe, dass du dich nicht von dem Wald da runterschüttelst. So. Im Gegensatz zu dir bin ich schon längst oben. Ah ja, meckern dich. Oh. Jetzt komm ich. Warte mal, wenn ich hier nicht vorher wieder runterfalle. Bleib stehen, dich krieg ich auch noch. Waaah! Gut, wir sind jetzt auf der Ebene, wo ich hinwollte. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat es mich hier hingezogen, weil hier vielleicht eine Höhle ist. Und Pilze. Brauchst du Pilze? Hier sind ein paar Pilze. Äh, ne, ich hab genug unter der Veranda und an den Füßen. Das reicht schon. Ah. Wo bist du... Ich bin hier in die Höhle geschlüpft. Hier. Zurück, zurück. Komm. Ah. Auf geht's. Ach, hier ist ne... Oh. Sogar mit Fackeln schon. Ja, das hab ich auch gemacht. Ach so, Mensch. Oh, nett. Ja, Mensch. Sterbt. Warum nehm ich meine Spitzhacken dafür anstatt mein Schwert? Wenn ich jetzt zuschlage, wärst du, glaub ich, tot. Haben wir PvP? Was? Ja, haben wir. Okay. Sag mal, die geht's auch noch ganz gut, oder? Ja, bestens. Danke der Nachfrage. Boah, ich hab hier grad... Na, 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 na. Ja, geh du einfach mal vor. Hier ist Eisen. Na, 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 na. Gut, dass du das Eisen übersießt. Ja. Und ich hör die Lava blubbern. Das mach ich auch öfter mal. Oh, mein Inventar ist voll. Das heißt, komm mal her. Das Andesit, was ich hier gerade ausgebuddelt hab. Ja, wo bist du? Ich sollte doch grad herkommen. Ach, ne. Ich hab schon aufgesammelt. Ich hab noch das Rottenflash dahin... Ah, komm zurück. Ach, da... Hä? Wann bin ich an dir vorbeigelaufen? Oh, Mann. Okay, Sackgasse. Brauchen wir das hier nicht? Nein. Ist das nicht irgendein cooles Zeug? Das ist Diorit und Andesit. Mensch. Ja, Diorit brauch ich für die Außenwand. Da könnten wir vielleicht ein bisschen was mitnehmen. Und das ist Granit. Wow. Ja, Granit wär cool fürs Dach gewesen. Das Problem ist, die haben das ja nur halbherzig umgesetzt. Und du kannst da nichts draus machen. Außer die groben Blöcke. Oder es als Fliesen zusammenschustern. Aber du kannst keine Stufen draus machen. Das find ich ein bisschen schade. Na toll. Granitstufen? Ja, doch. Als Dach? Ja, wär nicht verkehrt. Granittreppe auf dem Dach, ja. Wieso hab ich so einen Gammelbogen im Inventar? Ähm, das ist... Ja, also, weiß ich auch nicht, du. Ich hoffe, du hilfst nicht die Diamant-Spitzhacke dafür. Nein, ich hab tatsächlich... Siehst du, ich hab eine normale Spitzhacke genommen. Ja, ich hab's aus dem Augenblickwinkel gesehen. Nee, weißt du, ich nehm jetzt hier, ne? Hab hier doch so eine schöne Diamant-Spitzhacke. Die nehm ich da jetzt wieder. Nein, die ist nur für Obsidien und sowas. Das hab ich mir jetzt schon fast gedacht. Also, für Besseres. Für bessere Sachen. Was baue ich überhaupt gerade ab? Für würdige Sachen. Ah, ich weiß gar nicht, ob wir das brauchen, was ich hier gerade abbaue. Ja. Was baust du denn? Du baust das Gleiche ab, also... Jetzt hab ich deinen Gammelbogen eingesammelt. Ja, immerhin etwas. Damit du auch mal einen Erfolgsmoment hast. Tatsächlich, du baust den gleichen Scheiß ab wie ich, na dann. Ja, ich brauch hier noch ein bisschen was für die Hauswand. Und, ähm, wahrscheinlich werden noch mehr Gebäude in diesem... Ja, in dieser Außenhaut erstrahlen. Mhm, ja, dann nehm ich den ganzen Kram ja doch mal eben mit. Mhm, tu das. Moment, mein Metall ist schon wieder voll, das ist Wahnsinn. Kannst du mir auch ein paar Sachen geben, weil es ist quasi her. Ja, hier liegen jetzt Pfeile rum. Passend zu deinem Bogen, den ich dir... Super. ...den ich dir habe am Nachweihnachten zukommen lassen. Oh, dankeschön. Äh, ja, bitte. Hatte ich hier gerade einen Back oder habe ich hier gerade ein Loch in die Außenwelt geschlagen? Nein, dann lädt dein Chunk nicht nach. Ach, hier ist wieder Eisen, ich habe schon wieder Eisen gefunden, meine Güte. Aber ich sollte echt mal anfangen, Kompass zu basteln. Ja, damit wir uns vielleicht... Hier hinter der Wand ist irgendwas. Ja. Ich grab mal ein bisschen hier weiter. Oh, ich habe mich durchgegraben. Ja, jetzt bin ich, jetzt habe ich hier so ein... Guck mal, ich habe hier im Kreis gegraben. Siehst du, ich kann hier jetzt durch oder... Ne, warte mal, hier durch. Oh. So, und dann kann ich hier vorbei und dann kann ich wieder hier von hinten zurück. Jetzt bist du vor meiner Kamera gesprungen und ich habe mich erschrocken, ey. Buh. Warte, lauf nicht durch meine Spitzhacke. Ach so, ja, stimmt ja, PvP. Naja, manche stehen ja auch drauf. Fordere es nicht heraus. Gut, wir nehmen einfach mal alles mit, was wir jetzt hier finden. Außer die Kohle oder was? Ne, die kannst du ruhig mitnehmen. Aber ich war irgendwo noch Eisen. Das habe ich schon abgebaut. Nein, aber hier aus dieser Richtung, hier, wo ich in die Tiefe gegraben habe, ähm, da kamen Zombie-Hächeln her. Deswegen bin ich der Bezeugung, dass es hier irgendwo in eine Nebenhöhle gehen könnte. In die Richtung, in die wir gerade graben oder in eine andere? In die ich jetzt gerade gegraben habe. Du gräbst ja in eine andere Richtung. Ja, dann, auf geht's. Du siehst ja die Höhlen vor lauter Steinen, nicht? Ne, das stimmt. Ich verstehe auch gerade die Richtung nicht so ganz, wie du einschlägst. Ja, ich auch nicht. Ich grabe auch mal viel zu großzügig, da hat sich schon jemand beschwert. Naja, wir brauchen bestimmt Platz, ne? Okay. Ja, vor allem ich. Ich mache dir ein bisschen Platz. Oh, da ist Eisen. Was, wo? Wo denn? Jetzt warst du. Ach so. Hier sind wir schon in der Höhle. Pass auf. Wow, what the? Das ist eine Verwirrung. Ach, guck an. Ach, so sieht Eisen bei dem Texture Pack aus. Das ist immer ein bisschen unpraktisch, wenn man nicht weiß, wonach man sucht. Ja, das stimmt. Die Frage ist, finden wir überhaupt noch nach außen? Ja, also einfach wieder den Fackeln nach, ne? Kann ja so schwer nicht sein. Naja, wir gehen jetzt hier noch, das geht sehr tief rein. Ja, ist doch super. Guck mal, wie hübsch. Da unten ist ein Creeper. Pass auf. Ja, guck mal, der kann uns direkt den Weg freisprengen. Ne, er sprengt die Welt nicht mehr. Nur noch uns, oder wie? Ah, ah. So viel zu, er sprengt die Welt nicht mehr. Der hat dann ganz schön groß und noch reingesprengt. Wieso werden die Einstellungen wieder zurückgesetzt? Tja, kaum bin ich hier, völliges Chaos. What the fuck, ich komme nicht weg. So, das war knapp. Das ist interessant. Ich habe das mal eingestellt, dass die eben... Äh. Keine... Au, au, scheiße, scheiße, scheiße. Ah. Pass bloß auf, dass hier keine Creeper... Oh, Entschuldigung. Und dass ich dich nicht treffe, ja. Ein bisschen ausleuchten. Was ist das? Geh weg, geh weg. Hinter uns ist ein Zombie her, pass auf. Wo ist ein Zombie her? Ähm. Creeper. Wo? Creeper, 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 direkt hinter mir. Nicht mehr lange. Oh, er ist nicht gesprengt. Wow. Naja, zwei Schläge mit einem Diamantschwert überleben die nicht. Hm. Oh, shit. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Wo bist denn du? Ich bin in ein Loch gefallen und da war ein Zombie drin. Warte mal, wo ist... Wo bin ich denn? Äh, wo... Ja, ich bin in irgendein Loch bin ich gefallen. Das ist ja blöd. Oh, ich entferne mich schon wieder. Ach, da bist du. Ja, ich hab... Hier geht's in alle Richtungen weiter. Das ist, ähm, jetzt die Qual der Wahl. Ich würde aber sagen... Nein, ich wollte eigentlich erst nach da unten, weil da geht's runter. Und je tiefer wir gehen, übrigens war da auch Eisen, äh, desto eher finden wir Diamanten. Ja, dann ab nach unten. Ne, hier. Da geht's noch tiefer. Wir werden sterben. Ach, Quatsch. Oh, fall da bloß nicht runter. Du meinst da, wo ich eben schon runtergefallen bin? Ne, das ist diesmal eine Schlucht. Wir haben Glück. Wir könnten versuchen, im Wasser zu landen, aber ich glaub, das überleben wir nicht. Ähm. Ich kann's ja mal ausprobieren. Nein, nein. Ich fahr's mal in zweiter Wohnung. Okay, dann buddel ich mich einfach hier runter. So. Ja, buddel dich am besten. Verbuddel dich. Ähm. Sag dich und die Spitzhacke zerbarst. Ich hab mir doch bestimmt irgendein Material, was ich nicht brauche. Brauchst du Andesit? Äh, ne. Okay. Okay, dann benutze ich das jetzt zum Bauen. So. Ach, wir können hier am Wasser runter. Nein! Scheiße. Ich hab mich verklickt. Hättest du das für eine gute Idee, direkt nach unten zu graben? Ähm, nein. Okay, cool. Nein, komm jetzt. Hab ich jetzt die Wasserquelle echt komplett dicht gemacht? Ja, hast du. Wegen einem, wegen einem, ach. Ich leuchte hier etwas aus. Aha. Wie kann man denn mit einsam... Äh. Au. Oh, scheiße. Nein. Nein. Vor allem, du bist doch jetzt wieder am Spawn. Ich bin ganz alleine hier. Oh nein. Oh, das ist dunkel. Okay, warte mal. Ähm. Nein, ich komm zu dir. Ich find das bestimmt wieder. Dein Bett wurde blockiert oder zerstört. Wie geht das? Warte mal. Hm, hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Oh, meine Sachen. So viel zum Cheaten. Ich hab' keiner gesehen. Oh Mann, ey. Ähm. Ja, rüste dich erstmal aus. Hier dürfte erstmal alles safe sein. Ach ja. Ja, das war ja eigentlich so. Eigentlich hast du unseren Gratis- und Aufstieg hast du mit einem Block zerstört. Ja, das tut mir leid. Nein, das tut es dir nicht. Wie kann das denn? Ach so, wenn man den direkt auf die Wasserquelle setzt, ne? Und von allen Blocken dieser Welt setze ich ihn direkt auf die... Ja, das ist doch ein perfekter Einstieg wieder in die Welt von Minecraft. Mann, ich bin so gut. Das erinnert mich alles so an früher, das ganze Verkacken. Ach ja. Ach ja. Das waren doch Zeiten. Wo bist du denn hin? Ach nein, du findest schon wieder nicht hinterher. Einfach dem Weg folgen. Ja, super. Gibt ja auch so wenig. Ich bin ein bisschen routiniert. Ich geh aus meinem Gesicht raus. Aber hier ist jede Menge Eisen. Ja, ist doch super. Ja, erkunde da mal. Ich baue das Eisen ab, bevor wir es vergessen. Genau, wenn ich wieder sterbe, weißt du ja, was passiert ist. Genau, ein Creeper. So. Ich würde sagen, wir erkunden jetzt noch die Höhle. Dann machen wir uns auf einen Heimweg und machen irgendwas am Haus. Ich habe einen Smaragd gefunden. Oh, cool. Ein Emerald. Ich bin ein Glückskind. Oder auch nicht. Je nachdem, wie man es sieht. Ja, du bist gestorben. Du bist ein Glückskind. Ja, und dann habe ich einen Smaragd gefunden. So, was haben wir hier? Lava und Wasser. Aha. Oh, okay. Verbindet sich zu Obsidian. Ja, wenn ich hier jetzt ein Loch reinschlage, dann bestimmt. Und falls jemand auf Twitter wieder meint, Obsidian gibt es nicht. Obsidian gibt es in der echten Welt. Oh, rennen wir uns nicht zu weit weg. Wer hat denn das Gegenteil behauptet? Nee, ich meine aber, was gehört zu haben. Ja, komm her. Zombie, lauf doch durch die Lava. Ja, komm doch her. Der traut sich nicht durch die Lava. Wo bist denn du überhaupt? Ich bin hier und spiele mit einem Zombie. Ach ja. Was war Frank überhaupt? Du müsstest mich eigentlich sogar sehen. Nee, doch nicht. So, was will ich mit Samen in der Tasche? Weg damit. Oh, what? Du bist an der Lava. Ja, ich komme gerade wieder. Du bist ziemlich weit unten, oder? Ich sehe dich graben. Oh, ich sehe deinen Namen. Hallo. Hallo. Hier ist Eisen. Hau mich nicht. Das hängt von deinem Glück ab. So, dann gucken wir doch mal, was hier ist. Das sieht doch wieder nach dem perfekten Ort zum Runterstürzen aus. Oh, Eisen. Ja, das auch. Also, wenn tot, dann richtig. Ähm, du passt auf, ja. Alles gut, nichts passiert, nichts passiert, nichts passiert. So, mal Holz rüber bauen, ist vielleicht nicht die beste Idee. Vielleicht solltest du Shift gedrückt halten, dass du da nicht runterfällst. Ja, wird recht warm an den Füßen hier. Ja, ist doch ganz cool. So eine Fußtherme. Ja, klar, voll.